So blablabla 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 und willkommen zurück bei Roach Legacy. Ich muss aber so ein bisschen warten am Anfang der Aufnahme bis die FPS stabilisieren verdammt. Das wird nicht getroffen. Die FPS stabilisieren. Aber jetzt gehts wieder. Ich glaube das kann man doch noch einstellen. Da muss ich noch ein bisschen was... So. Das Gegner hat drei. Nein, 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 nein. So. Und Ruhe. Hier gehts noch runter. Wie kommen wir da? Wie kommen wir da zum Zwerg? Wir sind doch eigentlich ein Zwerg. Wo kommt man da nicht hin? Achso, kann man sich schützen? Ah. Ich bin völlig confused. Diese Runde läuft irgendwie so gut. Ich glaube, wir machen was falsch. Ich muss mal... Ne. Ah, der Dash-Up hat fast funktioniert. Oh, da unten kommen wir leider nicht dran. Ist so... Erstmal ist so LP. Okay. Nein. Oh, damn. MacRip. Vor allen Dingen erstmal MacRip. Egal. Ah, wir haben so viele Leute getötet. Das wird uns sicher hoch angerechnet. Okay. Dyslexia. Readings und... Naja. Okay. Dann machen wir erstmal... Okay. Was Neues. Hier werden wir noch nichts eingesammelt. Aber wir können uns den Doppelsprung leisten. Genau. Hier war noch nichts anderes. Zack. Genau. Wollen wir noch mal Schaden. Schaden... Denk ich mal. Gehen wir auf Schaden? Ne. Gehen wir auf Schaden. Und mit 130 können wir eh nichts mehr machen. Und... Dann... Gehen wir... Achso. Nächsten... Okay. Jetzt haben wir schon... Also einen dreifachen Sprung im Prinzip. Jetzt abspringen. Kann ich denn mal noch sowas? Ja. Guck mal. Wohl. Dann kommt sicherlich einiges überspringen. Gleich mal ans Cheap lenken. Wenn man dann 5 Double Sprünge hat, kann man dann das ganze Level überspringen oder so. 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 Erstmal das Kaputt hauen. Okay. Ähm... Hier runter. Gute Idee. Ich glaub schon. Rundes Shit. Komm schon. Der Schmied greift uns nicht an. So. Und runterwärts. Auf dem Critical. Also mit dem Criticals haben wir... Nein. Was ist denn hier? Ich muss aber nicht irgendwo gehen. Bisschen Gold. Bisschen Gold. Das nehmen wir immer gern. Das Gold sagt wieder mal an der Wand rum. Naja. Ich bin trotzdem. Die Strafe kommt immer. Critical. Und Critical machen mir 90 Schaden. Das gefährlich natürlich auch. Jetzt bin ich genau reingehört. Nicht idiot. Ja. Komm schon. Wie... 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 Wie viel Hit mir aus? Ich... Mach da schon irgendwie... Wunden... Kriegklinge, weil ich hier ständig Gegner einkloppen muss. Ah. Hier ist der Bossgegner. Blutgrund. Nighthelm. Coole Sache. Da haben wir einen Blutgrund. Nightbracers. Okay. Heißt... Brackei... Drackeis? Ich... Zahnspange? Ich strahle das Spiel alles zu irgendwie. Ähm. Nein. Einfach nein. Äh. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Cool. Oh. Was hat mir das jetzt gebracht? Oh. Weiß ich nicht. Aber mit Mana kommt man auch weiter. Oh. Oh. Das müssen wir noch ein bisschen Mana finden. Hehehe. Zweimal kann ich das nochmal machen. Wir versuchen es einfach mal. Oh. Ein Auge. Oh. Ein großes Auge. Oh. Du fucking shit. Gatekeeper. Kidier. Ja. Und ich laufe. Ich laufe einfach irgendwo rein. Ganz freiwillig. Ah. Na gut. Selektur hier. Äh. Tourette. Wow. Von mir aus. Tourette ist immer gut. 270. Kann man uns gar nichts verlesen. Oder doch. Ah. Mein neuer Helm. 250. Tatsache. Hehehe. Ehm. Uh. Okay. Du. Das kann man nochmal nehmen. Dann sehen wir irgendwie ganz bunt aus. Ups. Bin aber irgendwie ein bisschen drin gebackt. Und ich dampfe, mal wieder Ah, das können die, ja das ist gut Das können wir uns das gut gegen das Auge vorstellen, das Auge nochmal da hinten Ah, ich hab fast geklappt mit dem Doppelstamm Oh, okay, jetzt haben wir auch Ommas, aber beim Endgegner nie Ja, das soll nicht sein, ich bin einfach verpasst Nein, einfach nein Der läuft auch Ja, wir sind die Sprünge natürlich auch gut Das ist doch, also das ist manchmal echt, ne, so, so, ja, da, da, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll Da fällt mir gleich wieder mein östdeutscher Akzent ein Äh, oder auch nicht Stereo blind Ich glaub ich hab jetzt mal eine kleine Aufnahmepause Aber ich bin schon wieder etwas müde Oh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Wenn es wieder heißt, let's play Roach Legacy Ich kann's sogar mal zeigen, seht ihr? Da ist Roach Legacy Open Broadcaster FTV Man sieht sich, bye bye, tschüss W칠 ist Roach Musik Amen.